Mach doch einfach weiter. Sie sind alles frisser und bereit, sich Nahrung hart zu erarbeiten. Was sie dabei anrichten, hat ihnen viele Feinde gemacht. Fast ausgerottet sind sie jetzt wieder da. In gut organisierten Kinderstufen wachsen immer neue Generationen heran. Anpassungsfähig und intelligent sind sie nicht aufzuhalten. Komm, mach weiter. Sie sind kompakt, unverwüstlich und für alle Fälle gerüstet. Höher gelegenen Nadelwälder in den österreichischen Voralpen sind Neuland für Wildschweine. Was? Und im Winter ein echter Härtetest. Bin ich ein Wildschwein vergessen? Mir ist kein besseres Tier eingefallen. Einige jedoch müssen höhere Lagen ausweisen, weil im Tal der Lebensraum bereits knapp wird. Eine Wildschweinnase ist so fein wie die eines Spürhunders. Sie weist der Wache den Weg. Auch dort, wo gänige Orientierungspunkte längst verschwunden sind. Dichte Unterwolle und eine dicke Speckschicht halten die Tiere warm. So können sie auch in den Voralpen neue Reviere erobern. Der sensible Rüssel schafft es auch im Winter, Nahrung ausfindig zu machen. Der Hund ereignet sich hervorragend als Schneeschaufel. Wenn man weiß, wo man suchen muss, ist auch unterm Schnee etwas zu fressen zu finden. Insekten und Wurzeln warten im Boden auf den Frühling. Die Geräusche, ich kann nicht wachen. In den Bergen kann der Winter sechs Monate dauern. Aber Pioniere können nicht wählerisch sein. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, genau, Sam.